Nach 200 Metern links abbiegen auf Schederhofstraße. Ja, Leute, hier ist Ismanink. Wie sehen Sie, wenn Sie in Almanya gehen, wenn Sie gehen. Wie sehen Sie, wenn Sie hier leben? Danke schön. Weil hier, hier, da leben Sie. Pape. Genau, aber kein Partner. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Na, na, hab ich hier. Hadi bakalım, Attila'nın yanına gidelim. Attila, Happy Birthday to you. Danke. Danke. Nein, zwei, oh. Oh. Pschatzi. Amrhak, 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 amrhak. Burası da Attila'ların oturduğu yer bakın. Münih burası da. Links abbiegen auf Krautgartenstraße. Musik Untertitelung. BR 2018 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 ... ist festgehalten, wie unbekannte ganze Bündel an vorher ausgefüllten Wahlscheinen versuchen, in Urnen zu pressen. Die Zentrale Wahlkommission bezeichnete zumindest eines dieser Videos als Fake. In Musdorff am Imm haben Unbekannte einen Brandsatz auf eine Asylbewerbeunterkunft geworfen. Gestern Abend war das. Verletzt wurde niemand. Es gab auch keinen Sachschaden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Und jetzt ist der Winter Sport und Fußball Bundesliga mit Holger August. Und Fußball als Bundesliga, das heißt um diese Zeit jetzt die Bayern Spiele. Die beiden einzigen Europa Teams, die wir noch haben. Evet, evimize geldik arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Gittik geldik gördüğünüz gibi. Atilla'nın küçük bir doğum gününü kutladık. Hediğimizi verdik. Geldik. Hadi bakalım, görüşürüz. Gittik.